Fans enttäuscht, es gibt keinen Dschungelkamp-Exit. Das haben sich die Zuschauer wohl anders vorgestellt. Schon über eine Woche müssen sich die Kandidaten im Dschungelkamp beweisen. Nachdem Verena Kertz, 41, die Show als erste verlassen musste, platzte danach für Markus Möhr, 63, und Tessa Bergmaier, 33, der Traum vom Thron. Heute müssen die Promis aber wohl nicht vor einem Exit zittern, an Tag 11 wird keiner aus dem Camp ausziehen müssen, die Fans reagieren alles andere als begeistert darauf. Die restlichen Camper können nach Sonja Ziedloffs, 54, Nachricht erst einmal erleichtert aufatmen, bei den Fans löste das allerdings bittere Enttäuschung aus. Kein Auszug heute? Super, mehr Jana, kommentierte ein Zuschauer auf Twitter. Mann, ich will doch, dass Lukas heute geht, regte sich ein anderer Nutzer über diese Entscheidung auf. Viele weitere schlossen sich dem an und machten ihrem Ärger Luft. Aber warum wird keiner das Dschungelkampf verlassen? Die Fans haben dafür schon eine Theorie, könnte es sein, dass Jana freiwillig rausgegangen ist? Dann macht das mit der Votingpause Sinn. Schließlich hatte die Schauspielerin noch in Erwägung gezogen, freiwillig zu gehen. Es ist einfach so, dass hier viele Dinge konträr sind zu dem, wofür ich stehe, hatte sie erklärt. Alle Infos zu Ich bin ein Star, holt mich hier raus auf RTL Plus.